Am 31. Oktober des Jahres 2020 wurde der Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER, offiziell eröffnet. Wenige Tage zuvor nahm auch der neueste Bahnhof der Bundesrepublik nach Lindau-Reutin seinen Linienbetrieb auf. Aufgrund dessen, dass der Flughafen nun deutlich weiter außerhalb der Stadt liegt, benötigt es auch eine leistungsstarke Anbindung. So ist zum Beispiel mit Regionalzügen mindestens eine viertelstündliche Anbindung an den Berliner Hauptbahnhof gesichert. Mit dem Wiederaufbau der Dresdner Bahn für Regional- und Fernzüge soll sich das Angebot am Flughafen BER auch noch einmal verändern. Da der Bahnhof unter dem Terminal-Gebäude des Flughafens liegt, ist er als Tunnelstation ausgeführt und trägt den vollständigen Namen Flughafen BER Terminal 1 bis 2. Der Bahnhof ist als Durchgangsbahnhof konzipiert worden, somit ist für Regionalzüge zumindest von Osten als auch von Westen eine Anfahrt möglich. Für die S-Bahn ist die Anfahrt nur aus einer Richtung möglich. Der Bau des Bahnhofs begann in Abstimmung mit den Bauarbeiten des Terminals im Jahre 2007, genauer gesagt im Februar. Am 25. Juni des Jahres 2009 wurde das Richtfest gefeiert und am 30. März 2010 war der Bahnhof bereits im Rohbau fertiggestellt. Danach begann dann der Innenausbau und etwas mehr als ein Jahr später, am 7. Juni 2011, war der Bahnhof bereits elektrisch befahrbar. Aufgrund der diversen und mehrjährigen Verzögerungen des Flughafens BER und seinem Eröffnungstermin stand auch der Bahnhof mehr als neun Jahre hier, ohne seiner richtigen Nutzung nachzukommen. Die Anbindungsstrecken wurden allerdings etwas später in Betrieb genommen, am 30. Oktober 2011 nämlich, und für Zugfahrten ohne Personen freigegeben, wurden sie dann am 2. Juni 2012. Ohne Zugfahrten war der Bahnhof in dieser Zeit jedoch keineswegs, denn es wurden Bewegungsfahrten durchgeführt, um die Aufrechterhaltung der Infrastruktur zu gewährleisten. Am 25. Oktober 2020 wurde dann der Bahnhof eröffnet, einige Tage vor der Eröffnung des Flughafens. Dies geschah jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ohne größere Feierlichkeiten. Einen Tag später, am 26. Oktober, startete dann der öffentliche Verkehr mit der S-Bahn. Am 31. Oktober, am Tag der Eröffnung des Flughafens, startete dann auch der Regionalverkehr. Der Bahnhof besitzt insgesamt sechs Gleise, wovon vier als Durchgangsgleise für Regional- und Fernzüge bestimmt sind, und zwei Stumpfgleise für die S-Bahn. Die Stumpfgleise besitzen hinter dem Gleisende auch eine klar erkennbare Wand, sodass für die S-Bahn eine Weiterfahrt unmöglich ist. Die Stationsgestaltung ist relativ schlicht gehalten. An den Wänden finden sich graue Paneele, wo zwischen sich in Abständen die blauen Stationsaufschriftstafeln finden. Auffällig sind die vielen grauen Säulen im Bahnhof, welche dem Terminalgebäude obendrüber Stabilität bieten. Von den drei Mittelbahnsteigen führen jeweils zwei Aufgänge direkt in das Untergeschoss des Terminalgebäudes. Die Aufgänge der Treppen und Rolltreppen sind eingehaust und an ihrer Frontseite verglast. Ein großes Manko an den Aufgängen hier ist, dass es jeweils nur eine Rolltreppe, die immer nach oben fährt, gibt. Gerade an einem Flughafen, wo viele Menschen mit großen Gepäckstücken unterwegs sind, wäre es wünschenswert, Rolltreppen für jede Richtung zu haben. Mindestens an allen der beiden Ausgänge unterschiedliche Richtungen für die Fahrtrichtung der Rolltreppe. In der Zwischenebene findet man einen Ausgang, der zur Straße führt, wo die Bushaltestelle der BVG am Flughafen liegt. An dieser Haltestelle hier direkt vor dem Eingang verkehren insgesamt drei verschiedene Buslinien. An weiteren Bushaltestellen verkehren unter anderem auch noch Buslinien in Richtung Potsdam und in die Region des Flughafens. Weiter oben befindet sich dann die Empfangshalle für die Terminals 1 und 2, wo sich dann unter anderem die Abfertigungshalle mit den Schaltern und der Gepäckaufgabe befindet. Durch die vielen Holzverteflungen und die hohe Decke hat die Empfangshalle ein recht edles Auftreten. Zahlen zu Fluggästen und ähnlichen sind aufgrund des jungen Alters des Flughafens noch nicht vorhanden. Kehren wir nun zurück in den Bahnhof und somit auf die Bahnsteigsgleise 1 bis 4, welche die Durchgangsgleise sind, um uns den Regional- und Fernverkehr, welcher am Bahnhof hält, anzuschauen. Schauen wir als erstes auf die einzige Fernverkehrslinie, welche am Flughafen hält. Diese ist die durchgehende Intercity-Linie von Dresden Hauptbahnhof nach Rostock Hauptbahnhof bzw. nach Warnemünde. Diese Linie wird mit dem jüngst hinzugekommenen Zugtypen in der Flotte von DEB Fernverkehr betrieben. Dies sind Elektrotriebwagen von Stadler mit dem Namen KISS, welche in vierteiliger Ausführung unterwegs sind und von der österreichischen Westbahn übernommen wurden. Zum Dresdner Hauptbahnhof ist man mit diesem Zug in einer Stunde und 39 gelangt. In die Gegenrichtung zum Hauptbahnhof von Rostock benötigt man knapp zweieinhalb Stunden. Am Berliner Hauptbahnhof ist man nach 33 Minuten. Diese Linie besitzt allerdings eine Besonderheit, denn zwischen Elsterwerda und Berlin Hauptbahnhof ist der Zug ebenfalls als Regionalexpress unterwegs. Hier ist es nicht so wie bei anderen Fernzuglinien in Deutschland, wo auch ein Regionalverkehrsfahrschein anerkannt wird, sondern es wurde für die Relation eine extra Liniennummer im Regionalverkehr, nämlich RE17, angelegt. Somit sind in einem einzigen Triebzug zwei unterschiedliche Zuglinien unterwegs. Da wir mit dem RE17 quasi schon in den Regionalverkehr am Flughafen eingestiegen sind, machen wir nun mit der zweiten am Flughafen verkehrenden Regionalzugverbindung weiter. Der RE17 verbindet mit Triebzügen des Typs Talen II den Hauptbahnhof von Dessau mit Wünsdorf-Waldstadt. Dabei verkehrt er je Richtung stündlich. Auf dem zweieinviertelstündlichen Weg nach Dessau legt der Zug unter anderem noch halt in Berlin-Ostkreuz, Friedrichstraße und Hauptbahnhof ein, sowie in Potsdam-Babelsberg, Michendorf, Bädels-Heilstätten und Bad Belzig. In der Gegenrichtung in Wünsdorf-Waldstadt ist man hingegen recht schnell in nur knapp 30 Minuten Fahrzeit. Ursprünglich ebenfalls mal mit Talen II-Zügen betrieben, allerdings mittlerweile mit Doppelstockwagen aus anderen Bundesländern und einer Baureihe 147 betrieben, wird die RB14, welche von Nahen aus kommend am BER ihr Ziel erreicht. Auch die RB14 ist stündlich unterwegs und ist dabei genau wie der RE7 über die Berliner Stadtbahn bis nach Charlottenburg unterwegs und man kommt nach knapp anderthalb Stunden in Nauen an. Die Züge haben planmäßig zur Minute 43 Ankunft am BER und fahren zur Minute 59 nach viertelstündlicher Wendezeit wieder Richtung Nau. Die RB22, welche ebenfalls mit Talen II-Zügen betrieben wird, stellt bereits die vierte Regionalzuglinie am Bahnhof BER Terminal 1 bis 2 dar. Die ebenfalls aller 60 Minuten verkehrende Regionalzuglinie verbindet Potsdam-Kriebnitzsee über Potsdam Hauptbahnhof mit Königs Wusterhausen. In Potsdam-Kriebnitzsee ist man dabei nach genau einer Stunde Fahrzeit am Potsdamer Hauptbahnhof nach 55 Minuten. Auf der Fahrt dahin werden dabei unter anderem noch Saarmund und Gollm angefahren. In Königs Wusterhausen ist man dabei nach einer Viertelstunde ohne Zwischenhalt. Als letzte Regionalzuglinie wurde zur Eröffnung des BER der neue FEX, der Flughafen-Express, eingeführt. Dieser verdichtet dabei das Angebot von RB14 und RE7 zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Flughafen auf einen Viertelstundentakt. Genau wie bei der RB14 werden auch beim FEX-Doppelstockwagen mit einer Baureihe 147 eingesetzt. Die Doppelstockwagen wurden dabei allerdings für den FEX-Einsatz noch einmal general modernisiert und in ein anderes Erscheinungsbild überführt als die Doppelstockwagen auf der RB14 und kommen dabei sehr modern daher. Der FEX verbindet dabei ausschließlich den Berliner Hauptbahnhof mit dem Flughafen und hält dabei noch in Gesundbrunnen und am Ostkreuz besitzt somit insgesamt nur vier Stationen. Somit verkehren am Flughafen insgesamt fünf Regionalzuglinien, falls man den RE17 als vollständige Regionalzuglinie dazu wertet. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 und 2025 soll sich das Angebot aller Voraussicht nach dann noch einmal deutlich verändern. Aufgrund der Veränderung des Betriebskonzepts in diesem Bereich müssen dann aller Voraussicht nach aufgrund fehlender Wendemöglichkeit von Osten kommend einige Regionalzuglinien am BER Terminal 5 enden. Mit der Inbetriebnahme der Berliner Bahn für Fern- und Regionalzüge, voraussichtlich ab Dezember 2025, soll sich das Betriebskonzept dann noch einmal ändern, sodass unter anderem der FEX mit viertelstündlicher Fahrzeit genau eben über diese Strecke geführt werden soll. Durch die Berliner Bahn werden sich generell Fahrzeiten zum Flughafen deutlich verkürzen. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Gleise 5 und 6, wo die S-Bahnlinien verkehren. Den BER fahren insgesamt zwei S-Bahnlinien an. Zum einen immer auf Gleis 5 anzutreffen, verkehrt die S9 von hier aus nach Berlin-Spandau. Dabei verkehrt sie über Adlershof und Baumschulenweg gemeinsam mit der S45 über den Trebtor-Park dann hinweg alleine kurzzeitig über den Ring und fädelt sich dann an der Warschauer Straße auf die Stadtbahn ein und verkehrt ab dort dann mit der S3 sich zum 10-Minuten-Takt ergänzend nach Spandau weiter und mit weiteren S-Bahnlinien bis zum Westkreuz. Die Fahrt nach Spandau beträgt mit der S-Bahn eine Stunde und 18 Minuten. Die S9 verkehrt dabei an sich aller 20 Minuten. Ebenfalls aller 20 Minuten unterwegs ist die S45, welche parallel mit der S9 bis Baumschulenweg verkehrt und ihren Endpunkt am Südkreuz findet. Auf beiden S-Bahnlinien sind ausschließlich Fahrzeuge der Baureihe 481 anzutreffen, also den Taucherbrillen. Auf der S45 bleiben mittlerweile ausschließlich in der modernisierten Variante. Vor der Eröffnung des BERs fanden beide S-Bahnlinien ihren Endpunkt am jetzt benannten BER Terminal 5, früher Flughafen Berlin-Schönefeld. Für die Weiterführung zum BER wurde daher, genauso wie für die restlichen regionalen Fernzüge, eine neue Trasse errichtet. Die Bahnsteiggleise der S-Bahn sind hierbei mit einer Länge von nur 152,5, deutlich kürzer als die der Regionalbahn und Fernbahn mit 405 Metern Länge. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, aufgegeben vom Land Berlin und Brandenburg, kam heraus, dass es sinnvoll ist, die U7 von Rudo bis zum BER ebenfalls zu verlängern und damit eine weitere Nahverkehrsanbindung zu schaffen. Wie aus der Machbarkeitsstudie hervorging, soll das Projekt knapp 750 Millionen Euro verschlingen, dafür allerdings 8,5 Kilometer neue Strecke schaffen mit diversen neuen Stationen. Beschlossen ist der Bau offiziell noch nicht und auch ein Zeitplan liegt aktuell nicht vor. Aber auch Kritik kriegt sich, da der Flughafen bereits gut angebunden ist und auch von Rudo bereits Busse zum Flughafen verkehren und einen U-Bahn-Bau viele Tonnen CO2 ausstoßen würde. Wir sind damit nun auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich daher auch wie immer über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Video.